Ein schöner Tag war es gestern, ein richtig schöner Tag und zwar seit roundabout eineinhalb Jahren die erste Landesmeisterschaft geschossen. Und meine erste Landesmeisterschaft dieses Jahr, nach dem ganzen Lockdown-Gedöns und so weiter, war eine Disziplin, die ich weder trainiert habe, noch in irgendeiner Form vorher in der Form jemals geschossen habe. Das Abkacken ist also absolut vorhergesagt. Worüber spreche ich denn? Nun, der BDMP hat mit der letzten Ausgabe der Sportordnung eine Reihe neuer Disziplinen reingebracht. Wir haben auf der einen Seite Action Target Plates, sprich Fallplatte mit der Kurzwaffe und unter dem Begriff Sports Carbine für Langwaffen im Kurzwaffenkaliber, Halbautomaten, ebenfalls die Falling Plates, aber auch PP1, NPA, EPP und so weiter, was also auch mit den Carbines geschossen werden kann. Aber gestern war Falling Plates, Sports Carbine und Action Target Plates. Geile Sache, hoher Suchtfaktor, hoher Abkackfaktor. Muss man ganz klar sagen. Ich weiß ja nicht, wer auf den Trichter kam, diese Fallplatten gerade mal 20,32 Zentimeter, also 8 Zoll groß machen zu müssen. Die trifft man doch gar nicht, Leute. So wäre gut gewesen, da hätten wir wirklich auch eine Chance. Nein, Spaß beiseite. Hoher Funfaktor, muss man ganz klar sagen, aber auch ganz ehrlich gesagt Pickelschwer. Und das, was ich gestern auch vom LREF mitgeteilt bekommen habe oder gesagt bekommen habe, war, dass also auch unsere Cracks, unsere Highflyer dort nicht so wirklich mit der Kurzwaffe toll abgeschnitten haben. Was mir doch ein bisschen Hoffnung übrig lässt, dass ich nicht letzter geworden bin. Aber wenn doch, nicht weiter schlimm. In dem Moment, es geht um Spaß. Muss man ganz klar sagen. Was habe ich gestern getan? Nun, der Ablauf der Disziplin Action Target Plates mit der Kurzwaffe ist relativ einfach. Die Waffe ist durchgeladen, also fertig geladen und geholstert und gesichert, sofern eine externe Sicherung vorhanden ist. Die Hände in etwa Schulterhöhe. Ich orientiere mich da an dem Schirm von meiner Base Cap. Es kommt der Piepser-Signal. Ziehen. Bam, 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 bam. Je nachdem, was für eine Fallplattenanlage das ist, entweder fünf oder sechs Fallplatten. Bei fünf Fallplatten fünf Schuss im Tank, bei sechs Fallplatten sechs Schuss im Tank. Ich habe die Kamera dabei gehabt, habe extra um Erlaubtes gebeten beim LREF. Er hatte kein Problem damit. Ich werde aber sein Gesicht verpixeln. Getroffen habe ich nicht viel? Wie gesagt, ohne Training keine Chance des Trainings, denn wir wissen alle, und das ist das Handicap, zumindest mal hier bei uns in Deutschland, bei dieser Art der Disziplin. Es gibt verhältnismäßig wenig Schießstände, die über Fallplattenanlagen verfügen, bei denen man das dann tatsächlich mal probieren kann und vor allem trainieren kann. Wir haben leider keinen Termin in Alsfeld für ein Training vorher gekriegt, von daher, und vor allem die Fallplattenanlage dann auch bekommen. Das ist also, ja, aber das Gleiche war auch bei allen anderen der Fall, dass sie also auch keine Möglichkeiten zum Training hatten. Alles in allem hat es aber riesen Spaß gemacht. Ich lasse euch mal ganz kurz hier alleine mit den Sequenzen und ich glaube, ihr werdet dort tatsächlich sehen. Ich hatte meinen Spaß, ja. Ich hatte Spaß. Ich schelme mich auch nicht, es zu sagen. In diesem Sinn, schaut es euch mal an. So, der Schütze darf sich fertig machen. Waffe fertig laden, sichern und holstern. Wenn der Schütze fertig ist, die Hände, die Schulter hoch. Schütze bereit? Achtung! Schütze bereit? Schütze bereit? Achtung! Schütze bereit? Achtung! Schütze bereit? Achtung! 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 Achtung!